und als zwölf jahre später das verhängnis über valyria kam waren die targarien die einzigen dragonlords die überlebten dragonstone war seit zwei jahrhunderten der westlichste vorposten valyrischer macht gewesen seine lage quer zur gurgel erlaubte es seinen herrn die blackwater bay in den würgegriff zu nehmen weshalb sich sowohl die targarien als auch ihre engen verbündeten die velaryons von driftmark ein niederes haus valyrischer herkunft am handeln in der region bereichern konnten die flotte der velaryons kontrollierte zusammen mit einem weiteren valyrischen haus den zeltigars von der klaueninsel den mittleren bereich der meerenge während die targarien mit ihren drachen den himmel beherrschten dennoch richtete das haus targarien den größten teil der ersten hundert jahre nach dem verhängnis die sehr treffend als das jahrhundert des blutes bezeichnet werden seinen blick eher nach osten als nach westen und zeigte kaum interesse an westeros gaemon targarien bruder und gemahl von daenis der träumerin folgte aena dem auswanderer als lord von dragonstone und wurde berühmt als gaemon der glorreiche gaemons sohn aegon und seine tochter elena herrschten nach seinem tod gemeinsam ihnen folgten ihr sohn maegon dessen bruder aeres und aeres söhne aelyx baelon und aemion der letzte der drei brüder war daemion dessen sohn aeryon schließlich lord von dragonstone wurde jener aegon den die geschichte als aegon den eroberer und aegon den drachen kennt wurde im jahre 27 vae auf dragonstone geboren er war der einzige sohn und das zweite kind von aeryon dem lord von dragonstone und lady valaena aus dem hause velarion die über ihre mutter selbst eine halbe targarien war aegon hatte zwei ehelich geborene geschwister eine ältere schwester hysenia und eine jüngere schwester raenis seit langem war es sitte bei den dragonlords von valyria bruder und schwester miteinander zu verheiraten um das blut rein zu halten aber aegon nahm sogar beide schwestern zur gemahlin der tradition nach hätte er nur seine ältere schwester hysenia ehelichen müssen raenis zur zweiten gemahlin zu nehmen war ungewöhnlich wenn auch nicht ohne historisches vorbild manche sagten aegon vermählte sich mit visenia aus pflichtgefühl aber mit raenis weil er sie begehrte alle drei geschwister hatten sich bereits vor ihrer hochzeit als dragonlords erwiesen von den fünf drachen die mit aena dem auswanderer nach dragonstone geflogen waren lebte in aegons tagen nur noch einer die große bestie balerion der schwarze schrecken die anderen beiden varga und meraxes waren jünger und er ist auf dragonstone geschlüpft unter unwissenden hält sich der mythos aegon targaryen habe vor dem tag an dem er in see stach um westeros zu erobern nie einen fuß auf den boden des kontinents gesetzt doch dies kann nicht der wahrheit entsprechen schon jahre vor dieser reise war auf lord aegons geheiß hin die bemalte tafel geschnitzt und verziert worden eine riesige holzplatte ungefähr fünfzig fuß lang in form der landmasse von westeros mit allen wäldern und flüssen und städten und burgen der sieben königreiche bemalt offenbar hatte sich aegon schon lange vor den ereignissen die ihn in den krieg trieben sehr für westeros interessiert es gibt auch verlässliche berichte über einen aufenthalt des jungen aegon und seiner schwester visenia in der citadel von oldtown sowie einen besuch zur falkenjagd auf dem arbor als gäste von lord redwein er könnte auch lennes hort besucht haben hier widersprechen sich die quellen in aegons jugend war westeros in sieben streitsüchtige königreiche aufgeteilt und es gab kaum zeiten in denen nicht zwei oder drei dieser königreiche gegeneinander krieg führten der weite kalte und steinige norden wurde von den starks von winterfell regiert in den wüsten dornes war das wort des fürsten aus dem hause martell gesetz die goldreichen westlande beherrschten die lennisters von casterly rock die fruchtbare weite die gardeners von highgarden das grüne tal die finger und die mondberge gehörten dem haus arren doch die streitbarsten könige zu aegons zeiten regierten die beiden reiche die dragonstone am nächsten waren harren der schwarze und argillack der arrogante von ihrer großen citadel storms end aus hatten die sturmkönige des hauses durendon einst die östliche hälfte westeros vom zornkap bis zur krabbenbucht beherrscht doch ihre macht schwand schon seit jahrhunderten die könige der weite hatten sich gebiete im westen einverleibt die dornischen bedrängten sie im süden und harren der schwarze und seine eisenmänner vertrieben sie vom trident und aus den ländern nördlich des blackwater könig argillack dem letzten durendon gelang es diesen niedergang für einige zeit aufzuhalten indem er noch als knabe eine invasion der dornischen zurückschlug danach überquerte er die meerengel wo er dem großen bündnis gegen die tiger von volantes beitrat zwanzig jahre später erschlug er garst den siebten gardner den könig der weite in der schlacht bei summerfield doch da hatte das alter argillack eingeholt seine berühmte schwarze mähne war grau geworden und seine stärke im waffengang hatte nachgelassen nördlich des blackwater beherrschte harren der schwarze aus dem hause hoffart der könig der inseln und der flüsse die flusslande mit blutiger hand harrens großvater harwen harthand ein eisenmann hatte den trident argillacks großvater arek abgenommen dessen ahnen jahrhunderte zuvor den letzten flusskönig niedergeworfen hatten harrens vater hatte seine herrschaft nach osten bis duskendale und rosby ausgeweitet harren selbst widmete den größten teil seiner fast vierzigjährigen herrschaft dem bau einer riesigen burg am gottsei doch in dem maße in dem sich harrenhall der fertigstellung näherte waren die eisenmänner bereit für neue eroberungen kein könig in westeros wurde mehr gefürchtet als der schwarze harren der in allen sieben königreichen für seine legendäre grausamkeit bekannt war und kein könig in westeros fühlte sich bedrohter als argillack der sturmkönig der letzte durendon ein alternder krieger dessen einzige erbin seine jungfräuliche tochter war und so kam es dass argillack sich an die targarien auf dragonstone wandte und lord aegon die hand seiner tochter anbot dazu als mitgift alles land östlich des gottsei vom trident bis zum blackwater aegon targarien lehnte das angebot des sturmkönigs ab er habe bereits zwei gemahlenen führte er aus und benötige keine dritte außerdem gehörte das angebotene brautland bereits seit über einer generation harrenhall argillack konnte es also gar nicht verschenken offensichtlich wollte der alternde sturmkönig die targarien am blackwater als puffer zwischen seinen eigenen ländern und denen harrens dem schwarzen haben doch der lord von dragonstone unterbreitete ihm ein gegenangebot er würde das ihm angebotene brautland nehmen wenn argillack ihm zusätzlich messys haken und die wälder und ebenen südlich des blackwater bis zum fluss wendwater und dem quellgebiet des manders überließ der pakt sollte durch die heirat von argillacks tochter mit orys baratheon lord aegons recken und kindheitsfreund besiegelt werden diesen vorschlag wies argillack der arrogante zornig zurück es ging das gerücht orys baratheon sei ein unehelicher halbbruder lord aegons von niederer geburt der sturmkönig wollte seine tochter nicht entehren indem er ihre hand einem bastard gewährte allein der vorschlag erzürnte ihn über alle maßen argillack ließ aegons boten die hände abhacken und schickte sie ihm in einem kästchen zurück das sind die einzigen hände die euer bastard von mir bekommen wird schrieb er aegon antwortete nicht stattdessen rief er seine freunde basallen und wichtigsten verbündeten nach dragonstone ihre zahl war klein die velarions von driftmark waren durch eid an das haus tragarien gebunden ebenso die seldigars von der klaueninsel von messys haken kamen lord bar emmon von scharfspitze und lord messi von stonedance die beide durch eind an storms end gebunden waren jedoch engere verbindungen zu dragonstone unterhielten lord aegon und seine schwestern berieten sich mit ihnen und besuchten sogar gemeinsam die burgsepte um zu den sieben von westeros zu beten obwohl aegon bis dahin nicht für seine frömmigkeit bekannt gewesen war am siebten tag stieg ein schwarm raben von dragonstones türmen auf und trug lord aegons wort in die sieben königreiche von westeros die vögel flogen zu den sieben königen zur citadel von oldtown zu großen und kleinen lords alle trugen sie die gleiche nachricht von diesem tage an würde es nur noch einen könig in westeros geben wer das knie vor aegon aus dem hause targarien beuge werde seine länder und titel behalten wer die waffen gegen ihn erhöbe werde niedergeworfen gedemütigt und vernichtet von der westeros